Provenzalisch-Wenzau ist die Bezeichnung einer im Süden Frankreichs gesprochenen romanischen Sprache oder Gruppe von Sprachen. Bedeutung Der Ausdruck wird in verschiedenen Bedeutungen gebraucht. Provenzalisch in der weiteren Bedeutung ist gleichbedeutend mit Okzitanisch und bezeichnet als Oberbegriff die Gesamtheit der ursprünglichen Sprachen Südfrankreichs. Die okzitanischen Sprachen werden nach ihrer Bejahungspartikel OC als Lans-Doc von den Lans-D-O-I-L, den Sprachen Nordfrankreichs, unterschieden. Ebenso wird Altprovenzalisch zuweilen in der weiteren Bedeutung für das Okzitanische der Zeit bis ungefähr 1500 gebraucht. Diese übergreifende Bedeutung von Provenzalisch und Altprovenzalisch war vor allem in der älteren Romanistik üblich. In der neueren Forschung werden zunehmend die eindeutigeren Begriffe okzitanisch bzw. altokzitanisch verwendet und Provenzalisch wird der Bedeutung eingeengt. Provenzalisch in der engeren Bedeutung bezeichnet nur eine der Untergruppen des Okzitanischen, nämlich die vorwiegend in der Landschaft Provenz gesprochenen Varietäten des Okzitanischen. Provenzalisch in dieser engeren Bedeutung wird untergliedert in vier Unterdialekte, Rodano Provenzalisch, Waokluse und nördliche Buschesterone einschließlich Ailes und Marseille, Maritimes Provenzalisch, südliche Buschesterone, VAR und westliche Alp Maritimes, Alpin Provenzalisch, Provenzalische Alpen und einige Sprachinseln in Norditalien, Nisad, Nizza und Umgebung. Die Provenzalische Dialektgruppe wird im Osten durch das Norditalienische, im Norden durch das Franco-Provenzalische. Im Nordwesten durch das Soveniatische und im Westen und Südwesten durch das Longdorkische begrenzt. Das Provenzalische in dieser engeren Bedeutung bildete seit dem 19. Jahrhundert den Ausgangspunkt für Wiederbelebungsversuche. Der Schriftsteller und spätere Nobelpreisträger Fred-Erik Mistal versuchte mit seinen Mitstreitern eine Literatursprache auf der Basis des Provenzalischen zu etablieren, indem er ein Wörterbuch herausgab und literarische Werke in dieser Sprache veröffentlichte. In jüngerer Zeit greifen wieder Belebungsversuche vorwiegend auf das Longdorkische zurück. Als altprovenzalisch bezeichnete man in der älteren Forschung einerseits das altokzitanische Allgemein, andererseits speziell das okzitanisch der mittelalterlichen Trovador-Dichtung Südfrankreichs. Dieses altprovenzalisch der Trovadors ist nicht mit der älteren Sprachstufe des Provenzalischen im engeren Sinn gleichzusetzen, sondern es handelt sich um eine Schriftsprache oder Keune hauptsächlich auf der Basis des limousinischen und longdorkischen, in die Wörter und Wortformen verschiedener Varianten des okzitanischen Eingang gefunden haben. Sie wurde bis zum 13. Jahrhundert als eine verhältnismäßig einheitliche Schriftsprache der Dichtung und Verwaltung gebraucht. Als Amtssprache wurde sie dann bis zum 16. Jahrhundert vollständig durch das Französische verdrängt, während sie im übrigen Schriftgebrauch seit dem Spätmittelalter einer starken Regionalisierung unterlag. Grammatische Eigenheiten des okzitanischen in der Provenz Für das Provenzalische im engeren Sinne, das heißt das Rodano-Provenzalische und das Maritime und Innere Provenzalische gilt folgendes. Artikelbeispiele Louvente, der Wind, La Plachaut, der Strand Lego, das Wasser, der Pluralartikel lautet im Rodano-Provenzalischen Li und im Maritimen und Inneren Provenzalischen Li bzw. Punkt, Punkt Analog zum Französischen existiert ein indefiniter Pluralartikel in Form von d'un, pichot, kind, de pichot, kinder. Es existieren nur zwei Geschlechter, Maskulinum und Femininum. Weibliche Wörter erkennt man in der Regel an der Endung o, eine Abschwächung des lateinischen Auslauts a, lat, natura und gt, puff, naturo. Wie im gesprochenen Französisch wird zwischen Singular und Plural nicht unterschieden. Nur dass im Provenzalischen im Unterschied zum Französischen die late Plural-Suffixe auch nicht mehr geschrieben werden. Ob ein Wort im Singular oder im Plural steht, ist daher ausschließlich am Artikel zu erkennen. Loucette die Katze, licette die Katzen, la femo die Frau, liefemo die Frauen. Wie in allen romanischen Sprachen richtet sich das Adjektiv nach dem Nomen und steht in der Regel danach. Lomeauniste, lis omeauniste, der ehrliche Mann, die ehrlichen Männer. Wie erwähnt, wird der Plural nur durch den Artikel markiert, nicht jedoch am Nomen oder am Adjektiv. Von dieser Regel ausgenommen sind wenige Adjektive, die vor dem Nomen stehen können und die auf ein nicht betontes e oder o enden. In diesem Fall erhält das Adjektiv die Pluralendung im Rundanischen Provenzalisch und hei in den restlichen Varietäten. Un bravedrole, debravidrole, ein netter Junge, nette Jungen. Dies gilt für die Adjektive boy, belo, schön und grand, grando, groß und einige wenige weitere. Die provenzalischen Verben lassen sich in drei Gruppen einteilen, wobei der klassisch-lateinische Infinitiv aus laut re meist verloren gegangen ist. Die größte Gruppe bildet jene mit den Infinitven auf a, die zweite Gruppe umfasst jene Verben, deren Infinitiv auf i endet und die dritte endet meist auf re. Wie die meisten romanischen Sprachen und Dialekte ist auch das Provenzalische eine sogenannte Pro-Drop-Sprache, das heißt, dass anders als im Französischen das Subjektpronomen nicht genannt wird, es sei denn, man will die Person besonders betonen. Bei der Konjugation entfällt es daher, Beispiel für die Konjugation der drei Verbgruppen im Präsenz die drei. PS, PL, des Personalpronomens lautet außerhalb der rhodanischen Dialekte elei und nicht eli. Die jeweils erste PS, SG, lautet in den nicht-rhodanischen Dialekten kanti, finessi, rendi.